Willkommen in der modernen italienischen Küche. Der junge Chefkoch ist experimentierfreudig. Roberto, Roberto, was ist los mit dir? Ui, da ist einer nervös. Warum leerst du das? Weil ich die falsche Pfanne genommen habe. Die Beschichtung ist nicht mehr die beste. Einfach mal eine gescheite Pfanne kaufen. Hochwertige Zutaten sind ihm wichtiger. Nicht meins vom Geschmack her. Der Salat ist mit einem sehr sauren Dressing angemacht. Fand ich störend. Nur die Nerven behalten und schön fertig kochen.